Hallo Servus bei Monaco der Rücks. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute mal mit Schürze, denn heute sind wir im Lehmbach Palais in München zu einer Kochparty von Flo und Co. Also Rad an die Töpfe und an die Messer, wir legen los und ich zeige euch, was alles los ist. Ich würde euch ganz kurz vorstellen, worum es heute Abend hier geht. Ich bin Yvonne Eiffel, unser Büro, Flo und Herr Bürster von Co und Co. Wir sind in K. Wir sind zusammen schon sehr lange. Und warum das Ganze hier veranstalten heute, ist eigentlich die Geschichte, uns gibt es schon seit 8 Jahren als Firma, als Co und Co, dafür ein bisschen länger. Und wir haben eigentlich schon etwas anderes gemacht als Gastronomie in verschiedensten Häusern. Das wäre jetzt auch so lange, das Ganze zu erzählen. Wir möchten eine Küche ein bisschen vorstellen. Flo und Co. macht grundsätzlich Veranstaltungen. Wir sind Web-Catering-Veranstalter. Wir haben unseren besten Sitz am Frankfurter Ring mit einer Deli-Küche, mit einer Produktions-Küche, mit einer Show-Küche, wo wir auch Kochkurse veranstalten. Unter anderem betreiben wir den gesamten Küchenbereich in Hartrücken, gleich der Nachbar, seit Anfang an, seit 6 Jahren. Da hatten wir gestern ein erfolgreiches 6-jähriges. So was ganz toll war. Und machen seit 2 Jahren auch diese wunderschöne Location in München. Das Lehnbach hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Betreiben das als Event-Location. Das machen Veranstaltungen, Hochzeiten für den Feiern, Sommerfesten. Das haben wir getraut 100€. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.